Markus Lell ist bei mir. Ja, Markus, erst mal die Frage, wie geht es dem Rücken? Du hattest ja akute Rückenprobleme vor dem Kurzprogramm. Konntest du es ausblenden oder hast du Arge Schmerzen gehabt in der Kurzkür? Also am Anfang vom Programm konnte ich es sehr gut ausblenden, aber gegen Ende waren die Schmerzen dann doch wieder groß und auch jetzt kommt es wieder alles, holt es einen wieder ein. Aber dennoch, du hast dich super zusammengerissen, das hat vieles gut geklappt. Okay, der Lutz mit dem Stopper. Bist du insgesamt zufrieden mit deiner Leistung? Ja, ja, auf jeden Fall. Es ging aber erst mal nur darum, sauber durchzukommen und dann sehen wir Samshak weiter. Vor allem bei dir geht es ja auch um die Kombination. Was hilft da in der Pflicht? Jetzt ein gutes Kurzkürergebnis, möglichst natürlich das Finale, wäre toll in der Kür. Aber eigentlich liegt doch alles auf Kurs Richtung Medaille in der Kombination. Ja, hoffen wir es mal. Wir müssen halt auch sehen, was die anderen machen und deswegen kann man jetzt noch gar nichts darüber sagen. Dann auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg und vor allem gute Besserung mit dem Rücken, dass die Schmerzen bald vorbei sind. Danke dir, Markus.